Hallo everybody, hier ist Sarah. In den nächsten Videos beschäftigen wir uns mit der Satzstellung von verschiedenen Adverbien, Adverbs. In diesem ersten Video werden wir die Adverbien von Ort und Zeit anschauen, Adverbs of Place and Time. Am Ende des Videos werdet ihr wissen, an welcher Stelle in einem Satz die Adverbien von Ort und Zeit stehen. Okay, lasst uns anfangen. Let's begin. Zuerst, hier sind einige Adverbien des Ortes, Adverbs of Place. Outside, draußen. Inside, drinnen. Hier, hier. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.